Alter, ich glaub's ja nicht. Du spielst ja immer noch. Ja, macht wieder mega Laune. Nice. Ich bräuchte 50 Euro. Für was denn jetzt schon wieder? Ich geh mal wieder in die Shisha-Bar. Mit wem denn? Na, mit Ali natürlich. Naja, es hätt ja genauso gut auch Mehmet sein können. Bei dir klingt das voll komisch. Es klingt nicht nur so, es ist komisch. Was, du laberst? Naja, egal, ich hab keine Kohle da. Och nee, wirklich jetzt? Ich hab kein Geld. Das glaub ich dir nicht, da schau ich jetzt in den Geldbeutel rein. Alter, du wolltest mich verarschen. Da waren noch 50 Euro drin. Ja, dann nimm halt. Also, aus der Rinde. Mann, jetzt hat die wirklich mein Geheimfach gefunden.